Ich heiße Elisa. Hier ist meine Praxis. Ich bitte Ihnen an Ganzkörper klassische Massage, Nacken- und Rückenmassage, Kopfmassage, Gesicht- und Antistressmassage, Schrobkopfmassage, Traditionell Drei-Massage und ganz speziell für schwangeren Frauen Massage. Ich mache diese Arbeit sehr gerne, mache ich mit ganzem, meinem Herz und können Sie mich finden unter The Inner Space Schiller. Ich werde mich freuen auf Ihre Besuch.